Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Die Energiezelle wäre dazu da gewesen, den Aufzug zu bewegen. Wahrscheinlich ja. Du musst mir die Frequenz vorgeben. Ich arbeite dran. Mit WASD ist es nicht gerade einfach. Oh, diese Minigames sind ätzend. Aber nur, wenn wir zusammen arbeiten. Der hängt noch hinterher. Das ist nicht schön. Ähm, boben müssen wir jetzt hin. Rekorder. Achtung. So. Kannst du mir mal eine Schille kurz... Dankeschön. Bitteschön. Ist noch nicht fertig, oder? Egal. Hey, wir müssen da durch, oder? Ja, ich glaub schon, aber da oben geht's nicht... ...weiter. Halt die Klappe da hinten. Für dich interessiert sich keiner, du hässliche Eidechse. Ah, da, 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 da. Wegfindung in diesem Spiel ist ein Horror. Oh, shit, ein Fischgesicht. Bisschen unterstückt. Ja, oder vielleicht da hinten die Tür. Schütter ist, bevor es eier legt. Da hab ich, und es hat mich aber irgendwie vorher zur Hälfte gekillt. Bitte sag mir das. Die Healing Station. Ach, geht natürlich nicht. Bin ich jetzt auf der falschen Ebene, oder was? Oh, man. Ich mag Star Trek, ja, aber dieses Spiel ist grausam. Dieses Spiel ist wirklich grausam. Wegfindung, Deckungssystem. Ohhhh. Aufgabenzuweisung. Ja, wir haben es verstanden, alles ist grausam. Nicht spaßig, nein. Weiß nicht, so schlimm finde ich es nicht. Ich finde nur die Tatsache, dass du nichts aushältst. So nervig. Ja, das ist, das kommt noch dazu. Ach, du bist schon durch. Ich bin schon durch, ich hab schon alles aufgeräumt. Ich finde, das ist doch nicht so besser. Nein, 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 nicht im Feuer sterben. Ich weiß, die ganze Zeit macht Feuer keinen Schaden, aber jetzt. Warte mal, ich brauche eine Healing Station. Geh doch mal von der scheiß Tür weg, das nervt. Natürlich keine Healing Station. Irgendwo in der Nähe. Hinter der Tür wahrscheinlich. Nein, da ist ein Turbolift und ein Ladebildschirm. Zur Folge halt. Ich stehe zum Weg. Ich kann nicht weg, du stehst im Weg. Ich könnte meinen Tricorder so umrüsten, dass ich eine Healing Station ersetzen kann. Wäre das was? Ö. Ö. War das ein Ö oder ein Nö? Ö. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Nein! So, sag's doch gleich. Bei mir hast du dich angehört wie eine Kuh. Ö. 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 Ja, genau so. Äh, nee, halt. Warte. Cuuu. Cuuu. Moment, ich muss grad mal schnell einen Schluck trinken. Wir müssen unsere Tricorder nutzen, um den ETT zu finden. Was ist ein ETT? Es ist ein Ingenierungs-Transport-Tool. Es ermöglicht das Transportnis über kurze Distanz. Es ermöglicht uns, um zu gehen. Der ETT ermöglicht dich, dass du einige der Schmerzen in deinem Weg ermöglicht. Das müsste es... Ja, da ist es. Aktivieren den ETT. Entstanden. Warte, bleib stehen. Okay, hab ich dich markiert? Ja, geil. Ich kann dich jetzt transportieren. So, ähm. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du zielst auf mich, drückst mittlere Maustaste. Und dann feuern. Okay. Kann ich schälen. Ja, du kannst nur auf bestimmte Plattformen. Beziehungsweise... Ja, genau so. Beziehungsweise... Komm mal hierher. Was ist das? Haha. Aber ich nicht. Ähm. Ich würde dich mal... Äh, muss man nicht... Kannst du den Scheiß mal lassen, bitte? Hahaha. Das ist doch voll die Drohlingwaffe. Alter, das ist ätzend wie noch was. Oh, rutschrisch. Such mal eine kleine Energie... Such mal eine kleine Energiezelle. Große? Nein. Nimm die Energiezelle. Soll ich wirklich? Ja, ich weiß nämlich wo sie hingehört. Hast du sie? Ja. Dann bitte mal in dieses Loch da drüben in der Wand einführen. Höhöhöhöh. Mit Anlauf? Mit Anlauf? Oder hast du Kleidgel? Mit Anlauf. Nein, Anlauf. Rein damit. Okay. Sehr schön. Vato ist aktiv. Sir, bitte assiste mich mit dieser Tür. Äh... Los, bewegt deinen faulen Arsch hier rüber. Ja. Beobligung. Und sowas nennt sich Captain? Das ist unglaublich. Ah... Nein. Ah... Ja. Au, das bringt mich um. Ups. Es war nicht eindeutig angezeigt, dass die Plattform unter Strom steht. Ich hab gedacht, der Strom wär nur unten drunter. Das können sie doch dazuschreiben. Was ist denn das für ein scheiß Werkzeug, das mir erlaubt, dich auf tödliches Gelände zu teleportieren? Ein... Am... ...böhm... was war denn das jetzt bitte wo zur hölle bist du jetzt kann ich dich nicht nachholen markiert doch es ist grün dann kannst du mich noch mal zurückholen wenn ich wüsste ja bleib stehen bleibt hast du mich markiert ja ich hab dich markiert du hast mich nicht markiert du musst länger auf mich ziehen nein eigentlich mache ich das mit mittlerer maustaste wenn sie jetzt nicht geht er endlich ich kann ich eigentlich gleich weiter bieten warte jetzt kannst du mich nachholen das ist das ist mal was was abwechslungsreich ist sage ich jetzt mal auch wenn es übel der trocken scheiß ist da kommen wir gerade her ich kann nicht einfach ein zentimeter weiter nach links auf der platform ja das ist sollte man eigentlich auf irgendwie noch ein bisschen einschränken manchmal das wäre ganz gut draus mir nicht habe ich das gefühl ach wie kommst du denn da drauf ich meine du bist der der mich getötet hat damit ja es sah halt so aus als wäre der strom nur unterhalb von dem ding das ist gerade hier voll der space engineer ist mein fahrer übrigens wir haben einen besuch ja wenn du mir jetzt sagst wo warum sagst wo an die über oberhalb von uns sozusagen bring dich mal da hoch auf die plattform du hättest mich auch vorher warnen können das wäre ganz nett gewesen ach übrigens ein betäubungsschuss betäubt sie sofort schon unterwegs auf der seite unter soll ich dich gleich nachholen ein bring mich gleich zunächst plattform o ich glaube ich bin zu weit weg dafür das heißt alter spock die frage ist nur von wo bringe ich dich zu dieser plattform kann ich hier jetzt kann ich dich dazu muss ich dich aber erst noch mal erfassen so jetzt müsste ich dich haben ich weiß nicht ich bin am ende und kam wieder gerade her oder ich habe keine ahnung hol mich mal nach bitte ich muss zu dir rüber so davon glaube ich zumindest weil auf der anderen seite lag der der betäubte crewman guck mal da drüben ja da komme ich nicht hin theoretisch muss irgendwo auf der station noch ein punkt ja aber nur der von dem wir kamen warte mal sekunde bleib mal stehen ich muss dich doch irgendwie da rüber bringen es geht sowas nicht ja also ah jetzt wird ein schuh draus weißt du so net falsche plattform die direkt vor dir nein immer noch die auf der du stehst jetzt danke endlich meine gute erst mal hau äh kannst du mir erklären warum du mich jetzt raus teleportiert hast ach das ist raus nee da sind gegner das ist neu die andere seite nein du hast mich wieder raus auf das solarpanel teleportiert könntest du mich warte okay aber ich bin doch nicht einfach im krass aber ich bin doch nicht einfach im krass johannes das ist die neue seite alter könnte es nicht irgendwie ein bisschen deutlicher machen ach es ist ätzend so und jetzt bring du mich gleich weiter zum nächsten punkt ich kann es ja mal probieren egal ob wir jetzt nebeneinander stehen oder gar nicht so einfach betäubungsschuss ich kann so hoch nicht zielen sonst hätte ich den schon weg gemacht okay hol mich am besten einfach mal rüber ich glaube da müssen wir wieder ein bisschen laufen ich kann kann grad nicht stehen unter Beschuss wenn ich dich rausholen soll sagst du es ich krieg auch grad was ab aber von wo ich weiß es nicht gar nicht aus